Was ist ein Stück, bei dem man dazu neigt zu sagen, es spiegelt wirklich den Zustand unserer Gesellschaft wider? Und das ist leider kein schönes Signal, denn es geht zwar an einer Oberfläche auch um einen Generationenkonflikt, tiefer besehen geht es aber um wesentlich mehr. Das hängt zunächst mit der Art der Konversation zusammen, also wie seit einigen Jahren überhaupt in Auseinandersetzungen miteinander gesprochen wird. Das kriegen wir ja alle Tag für Tag mit. Und gleichzeitig scheint es so zu sein, dass trotzdem kaum jemand, zumindest online, die Hemmungslosigkeit infrage stellt. Also, ob es wirklich notwendig ist, auf etwas in einer Schärfe zu antworten bzw. etwas zu kommentieren, das jeden Rahmen sprengt. In Furor zeigt sich von Anfang an ein tiefes Misstrauen der beteiligten Menschen voreinander. Offensichtlich sind die Erfahrungen, die Menschen im Leben machen, so negativ, dass es eine grundsätzliche Haltung gibt, dass man von anderen Menschen nur Schlechtes erwartet. Im ersten Teil des Stückes führt das beinahe zu einer Kommunikationslosigkeit. Die beiden Menschen kommen zwar aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten, was ja in einer Kommunikation Missverständnissen sowieso Tür und Tor öffnet. Es wird uns aber auch gezeigt, dass die grundsätzlichen Haltungen anderen gegenüber so sehr von Ablehnungen geprägt sind, dass die Beteiligten Schwierigkeiten haben, überhaupt miteinander sprechen zu können. Zwischendurch kommt es dann immer wieder zu Ausbrüchen, die fast schon unkontrolliert sind und sehr emotional. Hier zeigt sich eine große Qualität des AutorInnen-Duos Hübner und Nimitz. Ihnen gelingt es in ihren Stücken immer wieder, diese Wunde der scheiternden Gesprächsmöglichkeiten beziehungsweise des gnadenlosen Aufeinanderprallens unterschiedlicher Lebenswelten und den damit verbundenen Erwartungshaltungen offen zu legen. Oft bedienen sie sich dabei der Komödie. In den letzten Jahren allerdings haben sie sich auch verstärkt auf Tragödien konzentriert, die sehr gesellschaftskritisch sind. Vielleicht haben sie ja den Eindruck gewonnen, dass sich die Situation der heutigen Zeit nicht mehr komödiantisch erzählen lässt. Die eben beschriebene Lage des ersten Teilselstückes verschärft sich dann im zweiten Teil. Denn da verändert sich das Gespräch durch eine andere Figur. War es zunächst die beschriebene Erwartungslosigkeit, die ein Miteinander verhindert, so verlagert sich die Energie nun in eine Form der Forderung. Der junge Mann, der nun die Szene betritt, ist geprägt und erfüllt von einem Gefühl der Benachteiligung. Dies führt heute nicht mehr zu einer Form der Resignation, sondern ganz im Gegenteil zu Aggressivität und Wut. Wussten Sie, dass der Begriff Wutbürger schon 2010 zum Wort des Jahres gekürt wurde? Mir war gar nicht bewusst, wie lange sich das schon hochschaukelt. In einem sehr interessanten Artikel beschreibt der Zukunftsforscher Matthias Horx dieses Phänomen. Zitat Im Jahr 1962 veröffentlichte der Sozialphilosoph Jürgen Habermas sein Werk Strukturwandel der Öffentlichkeit. Im Gegensatz zu Monarchien und totalitären Diktaturen, so die Grundthese, verfügen moderne Demokratien über einen Diskurs der regelnden Öffentlichkeit. In diesem Feld der Verständigung setzt die Gesellschaft Themen und trifft kollektive Entscheidungen aus einem komplexen Kommunikations- und Verständigungsprozess heraus. In der offenen und öffentlichen Debatte wird gesellschaftliche Zukunft produziert, die dann von den demokratischen Institutionen wie Parteien und Parlamenten in politische Entscheidungen übersetzt wird. Öffentlichkeit funktioniert als Selbststabilisierungsmechanismus des Gemeinwesens. In den letzten Jahren zeichnet sich ein erneuter Strukturwandel ab. Beobachtet man die öffentlichen Debatten, lässt sich folgende Diagnose nicht vermeiden. Die Erregungskurven öffentlicher Themen erzeugen immer höhere Ausschläge bei stetig kürzer werdenden Intervallen. Dabei entstehen immer extremere Befürchtungsparolen und Angstformeln. Der Tonfall unter den Kontrahenten der öffentlichen Debatte wird unerbittlicher, feindseliger, unversöhnlicher und persönlicher. Das Vokabular wird grobschlechtiger und denunzierender. Man ist zunehmend bereit, sich gegenseitig mit Gewalt an der Äußerung zu hindern oder dem anderen das Äußerungsrecht abzusprechen. Die öffentliche Erregung löst sich zunehmend vom Anlass ab. Es geht in den Debatten nicht mehr um Lösungen von Problemen, sondern um den Skandal selbst, der von den Medien ständig mit Überreizungen und Überzeichnungen angeheizt wird. Krisotainment könnte man die Öffentlichkeitsform nennen, die aus dieser Eskalationslogik entspringt. Eine Gesellschaft organisiert ihre Krisengefühle als permanente Unterhaltungsevents. Dabei bilden sich zunehmend professionelle politische Provokateure aus, die geschickt mit der Erregungsbereitschaft spielen und von der Skandalokratie, Herrschaft der Erregung über den Diskurs, der Emotion über die Vernunft, der Empörung über lösungssuchende Medien auf perfide Weise gepampert werden. Nach der Methode, unglaublich und falsch, aber er hat es gesagt. Das beschreibt zutreffend die Sackgasse, in die wir immer tiefer rein spazieren. Die Perspektiven sind hier eher düster. Zwei Szenarien sind prinzipiell denkbar. Aus dem Zerfall der Öffentlichkeitsstrukturen entstehen Polarisierungen, die sich nicht mehr heilen lassen. Es beginnt ein Kampf jeder gegen jeden oder das, was Hans Magnus Enzenberger einmal den molekularen Bürgerkrieg nannte. Eine solche Entwicklung endet in einer Mafialisierung der Gesellschaft nach dem Modell Russlands oder Italiens. Nur noch gut organisierte, brutal oder besonders clever operierende Gruppen, Lobbys und Clans können sich durchsetzen. Das Leben wird eine mühsame Beschaffungsmaßnahme. Am Ende wächst das Bedürfnis nach einem erlösenden Führer ins Unermessliche. Dunkle Zeiten brechen an, wie schon so oft in der Geschichte. Zweites Szenario, die positivere Variante, scheint heute unwahrscheinlicher, aber sie ist durchaus möglich. Vielleicht ist der mediale Hysterismus nur ein Übergangsstadium, ein Spuk. Wir leben in einer hektischen Zwischenzeit, in der das Alte noch nicht aufgehört, das Neue noch nicht wirklich begonnen hat. Für eine globale Welt, in der die kreativen Kräfte des Einzelnen ungleich mehr zählen, müssen wir die entsprechenden Kulturtechniken erst mühsam lernen. Selbstverantwortung, Kooperation, Netzwerke, diese Vertrauenstechniken fordern Aufwand und mühsames Lernen. Stellen wir uns vor, die gebildeten Schichten, die verantwortlichen Bürger koppeln sich vom medialen Lärm ab. Wir schalten den Fernseher aus und glauben nicht mehr allen Unsinn, der in den Zeitungen steht. Die Skandaltalkshows werden das, was sie eigentlich immer schon waren. Entertainment für die Unterschicht. Kein Politiker geht dort mehr hin. Anne Wills Sendeplatz wird von Dieter Bohlen übernommen. Lady Gaga macht Late Night an Maischbergers Stelle. Harald Schmidt übernimmt Plastbergs Sendeformat, was keinem weiter auffällt. Ende dieses Abschnitts. Und es entwickelt sich ein Selbstreinigungsprozess. Dieser Artikel ist über zehn Jahre alt und man ist überrascht, wie aktuell er ist und wie treffend die Entwicklung vorausgesagt wurde. Die Wut hat natürlich immer viele Ursachen, die sich gegenseitig überschneiden, ergänzen und immer weiter hochschaukeln. Hübner und Nemetz lassen hier zwei Personen aufeinander prallen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt in ihrem Leben vergleichbare Voraussetzungen hatten. Doch die Lebenswege haben sich unterschiedlich entwickelt. Der eine ist Ministerialdirigent und will Bürgermeister werden. Der andere ist Paketbote. Letzterer wittert die Chance, den Bürgermeisterkandidaten zu erpressen. Aber eigentlich will er ihn bestrafen. Für den Erfolg, den er selbst nicht hatte. In verschiedenen Interpretationen des Stückes beziehen sich Kritiker auf das Werk Rückkehr nach Rang von Dédier Eribon. Da geht es im Ausgangspunkt darum, wie sehr man seiner Herkunft ausgeliefert ist und wie sehr die Vorstellungen von Zugehörigkeit und Ablehnung die eigenen Identitätsvorstellungen prägen und beeinflussen. Eribon hat einen Sartre-Satz als entscheidend für sich wahrgenommen. Es kommt nicht darauf an, was man aus uns gemacht hat, sondern darauf, was wir aus dem machen, was man aus uns gemacht hat. Nun ist Eribon ein hochgradig intelligenter und empathischer Mensch, ein herausragender Autor, der sehr viel reflektieren kann. Damit unterscheidet er sich natürlich von einer breiten Masse derjenigen, die den gewaltigen Dynamiken und den Drucksituationen unserer Zeit eher wehrlos ausgesetzt sind und die dann schnell ein willkommenes Opfer extremer Parteien werden. Wir kriegen das im Stück vorgeführt. Der hier gezeigte Wutbürger gehört gar nicht groß einer Organisation oder etwas Ähnlichem an. Er zieht sein Wissen größtenteils aus dem Internet und glaubt das, was er da liest. Anderen Quellen glaubt er nicht, weil sie in seiner Wahrnehmung alle manipuliert sind. Er ist tatsächlich ein exemplarisches Beispiel für eine riesige Anzahl von Menschen, die sich sowohl von den etablierten Medien wie auch von der parlamentarischen Demokratie abgewendet haben. Dabei ist es durchaus auch so, dass er Dinge thematisiert, die wirklich kritikwürdig sind. Es würde ja niemand behaupten, dass unsere Demokratie und der Kapitalismus perfekt sind. Aber die Demokratie kann sich natürlich nur mit der Gesellschaft mitentwickeln, wenn die Diskursgrundlage stimmt und Teilhabe und Engagement nicht mit Erniedrigung und Gewalt verbunden sind. Ich wünsche Ihnen einen anregenden Abend.